hallo und willkommen bei vielblauem nichts nummer 227 jawohl eine schöne zahl oder einfach halt eine zahl ist ja auch egal wieder brillante einleitung voll durchdacht wie immer ist ja auch egal gut gehen wir es an paar e-mails sind da nicht die allermeisten aber dafür ordentlich lang also ich würde jetzt einfach mal spontan davon ausgehen dass es länger wird als letztes mal wir werden es ja gleich sehen dann dafür war bei youtube relativ wenig los aber vorher muss ich noch über das wetter reden ich habe nämlich heute heute war es hier ja erstaunlich kühl so 15 16 grad bloß okay nämlich und dann sitze ich im auto bei kauf mir beim beim aldi ein paar ein paar american pizzas mit käse rand die welche nicht eaten eine habe eine oder zwei davon habe ich glaube ich mal gehtet oder sogar alle vergessen egal jedenfalls und dann kommt das so ja und jetzt morgen und übermorgen ist wieder viel schöner ist doch toll ganz viel sonne ist nicht geil so ja 24 irgendwas grad dann am freien am sonntag bis zwei 30 grad denk mal geil not ich habe das so dick wenn mir immer jeder dauernd in der in den medien halt so alles heiß ist geil nein es ist scheiße ungeil und auch am wochenend wo ich nicht arbeiten muss ich sitze nicht trotzdem gerne in meinem zimmer und möchte dann nicht sauna haben aber egal naja gut und danach geht es um die wetter vorhersage weiterzuführen also montag 24 mit regen und dann 24 25 22 21 20 22 bis kommenden sonntag das sind temperaturen die lasse ich mir eingehen wenn es denn stimmt diese woche hatten sie auch ein paar sachen denn die nicht ganz so korrekt gepasst habe ich ja schon wieder irgendwo wo ist denn mein zahnstocher hin wird schon ich habe es erfolgreich geändert gut jetzt kann ich unbeschwert weiter brabbeln gut also bei youtube war nicht so viel die welt in den kommentaren der mt elite hält wacker die stellung der bumsi ist irgendwie verschollen gegangen aber gut kann ich nicht ändern ich gerade übrigens heute auch wie ich mal im in der im youtube studio war dann irgendwas hey jetzt gibt es die möglichkeiten die die kommentare noch stärker kontrollieren noch strenger zu kontrollieren welche zur vorlage zur überprüfung vorgelegt werden sollen ich denke mal okay a wäre dann auch gut wenn man wüsste dass die da liegen und man sie nicht erst finden muss in diesem freigabereiter es ist ja alles immer sehr komisch oder in diesem zur vorlage reiter dann ja sehr nicht der näher definiert gut da gab es noch ein infotext dazu den hätte ich anklicken können eigentlich getan will ich auch gar nicht unbedingt und mir kann immer noch und ich wüsste immer noch gerne warum der aldi immer torpediert wird obwohl er ja auf meiner tolerierte posterliste quasi steht und demnach da auch steht dass links nicht abgeräumt werden aber offenbar passiert sie mehr laufend also ich weiß es nicht naja egal jedenfalls nämlich zum letzten bla der toki hat sich diesmal den extrem ersten geschnappt und das hat nicht mehr einer geliked das ist schon krass also aktuell ist like technisch auch oder überhaupt kommentar und like technisch also like in den kommentaren die anderen likes sind auch überhalten sich auch in grenzen bisschen schade aber mein gott eher wenig los warum auch immer und ja genau und jetzt habe ich den faden verloren was ich noch sagen wollte geil oder super richtig abonnenten ich habe diese woche fünf abonnenten verloren oder so das ist keine ahnung ob das jetzt leute sind die alle noch vom pixel talk übrig geblieben sind jetzt inzwischen nach ein paar wochen gemerkt haben dass es ihnen doch nicht gefällt ich weiß es nicht nur so ein bisschen kurios dass es jetzt vier wochen lang quasi immer paar mehr oder mal ein oder zwei weniger und jetzt die letzten paar dage waren es gleich konzentriert gleich gelogen es waren sogar sechs leute weniger wo auch krass pack mich nicht keine ahnung weiß ich nicht ist halt so na gut damit werde ich auch leben können müssen tun ist ja auch wurscht gut und dann hat der aldi geschrieben nämlich meinte die letzten wochen war bei ihm zu spressig und zu warm deshalb kaum kommentare vor ihm aber jetzt schreibt er halt ein bisschen hier hier was rein also zum plan sich erstens usa ja es scheint dass die amis langsamer sich ihr land gegen die wand fahren 2000 2015 geht es da eigentlich nur noch bergab das ist wohl wahr wir in europa müssen aufpassen dass uns nicht auch bald so geht einige länder sind schon auf dem besten weg dorthin uk und ungarn zählt ja hier auf polen können wir auch noch aufzählen natürlich ich meine und das was jenseits im osten abläuft außer jenseits der eu abläuft da ist ja eh klar da braucht man nicht mehr weiterreden ja wobei man ja den eindruck also ungarn da ist nichts mehr zu retten glaube ich erstmal polen schwierig und england hat man ja den eindruck dass da die leute inzwischen ein bisschen schlauer werden könnten und was halt auch daran liegt dass natürlich ihr ihr häuptling wirklich auch keine möglichkeit auslässt sich möglichst un sympathisch oder asozial ins zene zu setzen aber ganz offensichtlich gibt es ja genug immer noch ganz genug dumme leute die das alles ganz geil finden weil das den 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 woken linken kommunisten damit zeigt oder irgendeinen scheiß und die ganze einfach lügen und sachen tun das ist natürlich sehr amerikanisch geprägt aber in amerika ja man sieht es jetzt was jetzt wieder mit dem komitee zum 6 januar und das drumherum und so die aussagen und dann also ja das stimmt ja alles nicht und blablabla also ganz schlimm ja das ist schlimm und vor allem noch schlimmer wird es ja wenn die dann wirklich bei den senatswahlen oder was da jetzt kommt im herbst dann wieder die mehrheit gewinnen dann kann da beiden gar nichts mehr machen und natürlich der der voll offensichtlich sub übernommene supreme court wo jetzt wohl wirklich alles aus ist ich meine offensichtlich da sieht es ist ja nicht nur roe und wade sondern der ganze andere scheiß was da abgelaufen ist jetzt da wie irgendwo mal stand in amerika sind jetzt waffen besser geschützt als frauen oder waffen haben mehr rechte als frauen ja das ist schon schon krass ja ich meine wenn man sich so überlegt wie gut es uns noch geht im verhältnis glaube wir haben auch einen bergvoll schwung nazis nicht nur im osten sondern auch so im bundestag natürlich und wir haben die gelbe pisser partei die alles tut um das leben bloß bloß für ihre klientel vielleicht ein bisschen zu anzuschubsen sonst alles torpediert was irgendwie sinnvoll wäre ich habe diesen drecksladen so kack dick und vor allem ihren ihren alt asso der der halt so lange duschen muss bis er fertig ist dummer das heißt doch tatsächlich gerade kurz was rausschneiden müssen weil ich mir gedacht habe sicher sicher ich finde zwar dass ich da moralisch korrektes statement in die welt gesetzt hätte aber man weiß ja nie naja egal jedenfalls ja ganz hasse es unmöglich ich hoffe die fliegen aus sämtlichen parlamenten raus und nehmen ihre nazi kumpanen und dann ist weg damit naja zweiter punkt abos er hat jetzt seit jahren ein crunchyroll abo das 690 pro monat tut nicht weh meint er auch wenn nicht mehr so viel anime schaut wie früher also eher nicht mehr so viel schaut früher mal bis zu zehn folgen am tag heute ein bis zwei das ist übrigens immer noch einigermaßen viel netflix und co werden nur sporadisch mehr für einen monat gekauft wenn was interessantes ansteht wie zum beispiel der mandalorianer ich hab du sagst doch wenn was interessantes ansteht warum nennst du das ich verstehe dich nicht und dann wird aber auch 30 tage gebingen bis zum exitus naja gut kann man machen kann ja auch verstehen so es kam ja heute just heute natürlich dass jetzt der zone seine bestandskunden auch darüber aufgeklärt hat dass die künftig in zukunft bitteschön 30 euro schatz 15 latzen sollen weil ja fußball so geil ist und fußball 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 und das finden aber selbst die fußball fußball leute alles nicht so super toll und ich persönlich bin ja jemand der sagt ich will euch genau fußball nicht ich habe immer mit der zone mal geliebtäugel weil ich gerne ein bisschen mehr darts ab und zu mal laufen lassen würde oder halt auch wenn football kommt oder halt irgendwas aber dazu müsst ihr jetzt fußball mitfinanzieren da ist jetzt sky besser wenn ihr bei sky kein fußball will dann lasst ihr fußball einfach weg ernsthaft und dann und bei sky kriegt man ja weil man gut da muss man das basis paket haben aber das basis paket ist ja zumindest nur einigermaßen interessant da sind ja schließlich auch serien und scheiß mit drin naja also wenn man so schauen wollte aber gut das mal schauen wie es selbst und dann lese ich heute auch noch dass der zone jetzt angekündigt hat dass in zukunft stufenweise 1080p als standard eingeführt wird völlig gaga oder also ich meine das ich habe einmal einen monat gehabt und habe da ein bisschen reingeschaut das bild ist jetzt nicht wirklich toll aber hey heute noch sowas zu bieten ist ja wohl ein schlechter witz also 1080p muss es dann doch schon mindestens wenn man mal fußball auf amazon gesehen hat zum beispiel das geht ja ganz ordentlich die haben ja auch champions league nur die dienstags spiele halt dieses jahr warst du nicht also bizarr und dann halt auch nur für fußball scheiben und die anderen sportarten nochmal pech gehabt ja danke naja drittens handys letztens wollte sich auch mal ein smartphone holen wäre sein erstes überhaupt all die dinge sind ihm echt zu groß und schwer da bleibt er doch lieber bei seinem 10 jahre 10 plus jahre alten nokia c201 und für daheim ein android tablet aber so ein samsung galaxy a22 wäre schon schicken auch gar nicht teuer unter 200 euro jetzt äh blö weil ich jetzt weiß wie die alle ausschauen nokia c201 ei ja es sieht fast so aus wie mein altes billow handy ja oh mein gott und ein das war das andere ein samsung galaxy a 22 sam galaxy a 22 das ist erkenne ich das jetzt wie groß das ist steht das hier irgendwo 6,4 zoll ja es ist schon relativ groß auch mei wo du machst doch wie ich kauf dir ein billiges für 50 euro ein iphone se erste generation das funktioniert auch du musst halt bloß eine lupe dabei haben haha ähm ja ich sag wenn ich es öfters benutzen täte dann würde ich auch über ein größeres mal nachdenken aber für die paar mal wo ich unterwegs bin tut das telefonieren geht auch vernünftig mit was mich nur fuchst ist woran es auch immer liegen mag weil auf dem ipad ist das nie passiert noch nie und ich habe lange genug ipads inzwischen äh die batterieanzeige auf meinem smartphone will nicht die lief ein paar wochen lang so wie sie sollte und jetzt seit letztem seit einiger zeit nimmt sie nicht korrekt ab also die bleibt immer zu lang hoch und dann irgendwann mal stehe ich dann da und habe ein leeres smartphone weil ich nicht aufgepasst habe dass es schon wieder 5 tage her ist dass ich es geladen habe ja weil ich eben nicht jeden tag dauernd draußen unterwegs bin und deswegen das telefon so auch alle wird ähm und man merkt es halt nicht ich schaue immer ab und zu mal drauf und denke mal okay nur 80% passt ja und dann stellt sich raus nee nicht wirklich aber ich weiß nicht woran es liegt ich kann es merken der akku an sich funktioniert ohne probleme ich meine 5 tage ungefähr 5 tage haltezeit ist glaube ich ganz ganz akzeptabel für ein smartphone akku aber ist halt so und drittens gamepass er ist jetzt mittlerweile zwei monate auf gamepass entzug ist erstaunlich was sich dann in den letzten monaten jahren für ein backlog angesammelt hat er hofft dass er kann noch ein paar monate durchhalten ein paar retail spiele durchspielen und noch ein paar free to play titel ausprobieren wie folger ist zum beispiel bis er dann irgendwann mal wieder rückfällig wird ähm ich bin jetzt nicht ganz klar warum hat sich dann ein backlog angesammelt an nicht gamepass spielen weil du nur gamepass gespielt hast weil du sonst Angst hättest dass dein Geld umsonst war aber gleichzeitig Sachen zu kaufen die Geld kosten ich meine die werden auch nicht äh wertvoller mit der Zeit sondern äh wertverlust aber egal äh und free to play Sachen also ich meine Fall Guys ist jetzt ja wirklich nicht du hast keine Playstation oder? oder doch? weil da gab es das Ding ja unendlich lang dank gamepass äh Quatsch Playstation Plus gab es ja von Tag 1 an und man braucht ja online dann ja nein Fall Guys kann man schon gut spielen man kann es auch lang spielen glaube ich aber ich habe relativ schnell mich äh satt gespielt ich spiele es immer wieder mal habe es dann doch nie mehr getan aber naja also free to play Titel wäre für mich kein Argument zu sagen die müsste ich vorher spielen wobei Genshin Impact wäre das einzige aber da ist wiederum wo man jetzt so spontan einfiel wo ich mal sage da müsste ich doch mal da braucht man wohl relativ viel Zeit dafür wobei ich gerade vorhin auch gelesen habe dass Phantasy Star Online 2 jetzt für die PS4 kommen würde und ich denke mir noch im Moment warum PS4 warum nicht PS5 wobei ich nicht sicher bin ob die Xbox Version eine Series X Version gibt oder nicht aber ist ja auch egal und er geht jetzt wieder weiter schwitzen meint er bis dann der Aldi das hat er geschrieben vor 5 Tagen da war es natürlich noch auch nicht öh gerade kühl gut weiter geht's dann hatten wir am Sonntag das ein weiteres Let's Play mit dem Herrn Pixel nicht Crazy Unicorn das war auch ganz spannend und der MT-Lied der meint was ein Schrott da ist wieder viel Plastik umsonst gestorben das ist korrekt das war eins der schlechtesten glaube ich was wir bisher hatten es war ja schon viel Unsinn dabei aber das ist hier halt einfach funktionell komplett daneben weil es funktioniert einfach nicht so wie es sollte oder müsste damit man sagen kann das hat jetzt funktioniert aber ne und der Tokio meinte hat sich schon immer gefragt wo das letzte Einhorn abgeblieben ist bei uns wäre es aber in guten Händen findet er naja und der MT-Lied meint dieses Einhorn ist wirklich das Letzte ja das kann man so stehen lassen das ist korrekt dann habe ich am Montag geietet die 4-Bro Brogy Balls Bubble Gum das waren die dritten davon und der Tokio meint und ich könnte langsam Markenbotschafter für 4-Bro werden da kann ich jetzt mal sagen könnten die mir mal anbieten wenn es nicht so steuerrechtlich und arbeitsrechtlich und so wahrscheinlich problematisch wäre also weil das wird nicht das letzte 4-Bro-Erzeugnis gewesen sein die nächsten Monate das kann ich dir auch sagen ich bin sehr weit in meiner Planung aktuell habe ich vorgearbeitet ja dann am die Zeit gab es das letzte Getränk aus Dominiks großen Paket nämlich den Dirty Candy Shop der war sehr lecker aber das konnte ich ja schon erahnen weil ich ja den extra Dirty Candy Shop schon mal hatte aber der hier ist noch besser weil kein Alkohol drin ist und der MT-Lied meint wenn Ulrich eine Dose schüttelt ist das ein echt perverses Ergebnis Moment wieso Ergebnis Erlebnis doch oder oder beides ja vor allem ist es wirklich so dass dieses Ding soll man schütteln und dann oben raus immer aufmacht wie wenn man halt Alkohol schütteln würde schon eher nicht so ganz ideal aber das Getränk war gut dann auch da das letzte Eating aus dem letzten aus dem aktuellen Dominik Paket war das Heidi Lau Instant Vermicelli Tomato Flavor Nudelgericht das sind Glasnudeln letzten Endes meinte Intellite interessanter Nudelsnack ja diese Glasnudeln sind nicht jedermanns Sache sind doch sehr geschmacksneutral das sowieso aber die waren halt auch noch so super dünne phaselig langweilig also ich habe auch schon Glasnudeln gegessen meine ich die ich ein bisschen schmackhafter und interessanter empfunden habe oh wow ich habe hier übrigens gerade Rocket League ist jetzt schon sieben Jahre alt ernsthaft Wahnsinn nächste Woche ok ja also nicht so geil und da Tokio meint das was da aus den Bechern gegabelt wird sieht so ähnlich aus wie der Glibber der dem Alien aus dem Mund läuft kurz bevor es mit seiner Alien Kopfzunge zusticht ja das ist vielleicht gar nicht so falsch beschrieben kann man wohl so sagen durchaus also es war leider nicht so geil wenn ich es in meiner Erinnerung mich nicht trügt wie gesagt manche Videos sind das ist jetzt nicht so uralt aber manche sind wirklich richtig ich glaube ich habe das ist eins ist fast ein Jahr alt bis ich es jetzt endlich mal auf den Kanal geschmissen habe ich weiß auch nicht wie ich das geschafft habe die nicht besser zu ähm organisieren wobei ich jetzt auch äh Monate mehrere Monate im Voraus Material angefärkt also bis das bis hier was zu sehen kommt ist schon lange Zeit wieder vergangen ja gut und dann das letzte Eating noch die äh Trinking ja noch Rauch Happy Day Kokos Ananas also Obst Fruchtsäfte von Rauch hatte ich auch noch nie kann man mal probieren und da meinte der MT Elite Ulrich kipp mal eigenes Geld aus für ein Getränk was sagt uns das wir brauchen Fanpost Karton Karton und der Tog schreibt sein Wunsch ist ihm Befehl kommen wir nachher noch dazu auch so das habe ich jetzt erst gesehen weil ja YouTube mir zwar E-Mails schickt dass ich neue Kommentare habe aber wenn auf diese Kommentare geantwortet wird da kriege ich keine Nachricht dazu und das kann also gut sein dass man die dann nicht mitkriegt so unmittelbar warum ich meine man hat einen gewissen Sinn weil die dann sie noch mehr fluten können wobei ich mich frage was machen denn Leute mit großen Kanälen die schalten die Benachrichtigungen sicher ab sonst wirst du ja nicht fertig wenn da tausend E-Mails am Tag kommen aber gut naja also das war es bei YouTube war doch länger als ich es gedacht habe ok naja gehen wir in die E-Mails fange ich mit der kurzen Mail an die jetzt noch reinkam der gute Max hat sich gerührt meint Streamern Fragen hallo ruhig nun hat er WandaVision und Moonlight durchgesehen als nächstes geht es in die zweite Hälfte von Stranger Things 4 das ist dann wohl jetzt die letzten zwei Riesenfolgen wie ist die eine ist zweieinhalb Stunden lang und die andere auch also das finde ich bescheuert es tut mir leid das ist das ist kein Konzept es ist eine Serie es sind keine auch wenn es bloß zwei Folgen sind ich finde jetzt die Boys Folgen dass die eine Stunde hingehen wobei auch da bin ich erschüttert nächste Woche ist schon wieder die letzte Boys Folge oh Gott schon wieder vorbei scheiße sehr gespannt wo es hingeht also es ist und bleibt gut wobei ihr diese Folge von diesem Freitag anschaut und am Anfang da gibt es sicher Leute die jetzt eine große Krise haben und erstmal nimm mir so viel Lust die nächste Zeit kann ich mir gut vorstellen egal ähm was hab ich noch gut ähm schön dass Disney Plus alle Future Ramas schauen hat deswegen er jetzt so mit die späteren Folgen nachholen kann ja die haben ganz schön viel die haben ja auch die sind es natürlich ich hab letzte Woche gelesen noch ich weiß nicht ob sie jetzt schon drin sind ich glaube nicht irgendwie hat Disney Plus für den deutschen Raum die ganzen alten klassischen Teile also viele klassische Teile wie Heidi und Sindbad oder warte mal warte mal muss ich nachgucken bevor ich was Falsches behaupte Disney Plus Heidi äh Heidi Stream die ganze Filme das meine ich nicht Heidi äh die ist ah hier sie haben gekauft es sind an mehrere Kinder Serien ah halt ok 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 ja falsch gelesen an alle Staffeln der CGI Serien Heidi nicht auszuhalten vor allem weil sie manchmal das Interlacing auch noch verbockt haben und dann hat das Bild einfach gar nicht mehr gestimmt das war ganz schön ernüchternd und schade aber mal schauen wir mal wo es hingeht jetzt muss ich hier kurz was gucken neugierig sein die Person online sie ist dann wird es heute hoffentlich nicht so lange dauern schauen wir mal gut äh wo bin ich genau äh hat mich verklickt ja jedenfalls und mal schauen wie die neue Staffel so wird von äh Futurama gab es da neue kommen da neue Folgen habe ich irgendwie komplett nicht mitbekommen ist mir auch nur leidlich relevant ich habe Futurama hier und da auch gesehen aber es ist nie so bei mir so ganz furchtbar hängen geblieben aber egal im Kino hat er Elvis gesehen tolle Lebensgeschichte um den King of Rock and Roll ähm es ist ein Baz Luhrmann Film also kann ich mir gut vorstellen dass er zumindest sehr sehenswert inszeniert ist ob ich jetzt ihn sehen muss weiß ich ich war auch nie so der ganz große Elvis Freak aber Mulder Rouge zum Beispiel war ein ziemlich toller Film und die Musik an sich kann auch sehr gut sein kann ich mir gut vorstellen aber das ist auch eine da kann ich gut warten bis er mal irgendwo auftaucht in welchem Streaming-Dienst auch immer wobei ja keine Ahnung unter welchem Vertrieb der läuft also bei Top Gun da wäre ich wohl eher die Blu-Ray kaufen müssen irgendwann aber egal Frage mag ich Doraemon ähm kann ich habe ich keine wirkliche Meinung zu weil ich glaube mein Lebtag keine 5 Minuten davon gesehen habe ich meine natürlich weiß ich was das für eine Figur ist weil es gab ja auch genug Spiele dazu zuletzt und das haben sie jetzt diese Woche ist ja auch diese Woche letzte Woche diese Woche ist ja auch ähm das nächste Seasons of what wie ist es also das nicht mehr Harvest Moon angekündigt war mit Doraemon ja ähm ne kann ich gar nichts zu sagen kann ich wirklich gar nichts zu sagen ist aber gut könnte schon ganz gut sein wie finde ich Miss Marvel Miss Marvel ist gut da kommt auch glaube ich nächste Woche die letzte Folge weil es nur 6 Folgen sind super also man muss ja nicht die Serien unendlich lang machen aber 6 Folgen sind halt auch verdammt wenig das hat man auch gesehen wie die in der letzten Folge die die Bösewichte so urplötzlich so zack und jetzt sind sie alle ganz böse ähm ich finde es echt gut das ist auch sehr interessant da halt mein Einblick ein bisschen das scheint ja auch recht authentisch und gut gelungen zu sein in die Kultur von diesen pakistanisch amerikanischen Familien und der ganzen und der ganzen äh Kultur ein bisschen zu haben das ist schon ganz lustig das ist ein bisschen ich schaue es ja auf Englisch an da tut man sich ein bisschen schwer mit den harten Akzenten teilweise das ist natürlich hä aber muss man halt durch müssen ne muss man natürlich nicht aber ich will dich halt durch aber gut wie heftig war das Gewitter in Augsburg äh weiß ich nicht ich wohne ja nicht in Augsburg aber der ganze ich habe nichts mitbekommen es gab ich glaube in Österreich gab es auch ein Riesenunwetter bei uns war halt Regen ein bisschen Gewitter also nichts in irgendeiner Form bemerkenswertes ja schüss Wunder und bleib gesund meint der Max und dann sage ich danke gleichfalls dann gehen wir mal die nächste E-Mail geben wir in drei Folgen des Eintreffens der Dominik war heute früh zuerst dran der Zug ist voll bla meint er hallo guten Tag Ulrich und Anhang ja sorry letzte Woche ist ihm leider die E-Mail wieder durch die Lappen gegangen keine Ahnung warum gibt es schlimmer das ist keine Sorge zack war wieder Freitagabend da dachte ich mir oh Mist die Kernspiele E-Mail kommt es mir auch so vor umso älter Mann Frau divers wird umso schneller gehen die Wochen rum kann passieren nicht immer aber kann schon passieren wenn es jetzt so heiß ist da geht es ehrlich gesagt nicht so schnell rum da sitzt man so dran und hofft dass es mal vorbei ist aber ne was ist so die Woche passiert also seine elektrischen Rollläden sind letzten Sonntag ausgefallen im Hauptraum wo auch die meiste Zeit verbringt normal sagt er Sonnenpfuhige weg aber so ganz im Dunkeln ist dann auch scheiße das kann ich mir gut vorstellen aber wir sind nicht modern genug wir haben noch mechanische Rollläden da gibt es sowas in der Form die können zwar auch kaputt gehen aber ist dann doch was anderes also die Hausgesellschaft angerufen dann erst nach vier Tagen kam ein merklich unmotivierter Elektriker zu ihm ich hab das Gefühl du kannst wenn ich jetzt so liese die Tage immer kann schon sein dass es nur vier Tage waren das ist sogar ganz schön schnell einentscheiden klar sein Job meinte er macht ihm auch auch keinen Spaß aber der Mann tobte ja also richtig irgendwie gereizt und genervt ging er an die Arbeit dann durfte ihm auch noch so ein Dachsatz vergräuchten schön was tut man nicht als für seine Rollläden das ist natürlich interessant nach 20 Minuten war das Problem gelöst er verschwand ohne sich zu verabschieden Arschloch meinte er naja also sagen wir mal so wenn es ein unsympathischer generviger Mensch ist dann bin ich eher froh wenn er mich nicht auch noch mal anspricht dann sind mir auch schon mal so unsympathischer Handwerker begegnet also so in der Form sicher nicht aber so dass der Handwerk an sich tendenziell eher nicht unbedingt ein Feingeist ist das könnte man so als These in den Raum stellen und wäre wahrscheinlich gar nicht mal so völlig weit weg davon aber ja hier eine Logikfrage meint er wir haben ja immer noch Corona wie kommt man da auf die Idee die Leute mit einem 9-Euro-Ticket in die vollen Züge zu locken auf der einen Seite schon cool durch Deutschland zu reisen mit wenig Geld aber echt denken die da oben eigentlich noch richtig nach die sollen ihm im Herbst ja nicht mit Maßnahmen kommen die können ja auch gerne mal alle äh ja ich sag ja die gelben Pisser sind schuld ich mein Verkehrsministerium und die Scheiße das wächst alles auf den ihr misst ich mein ich fand das 9-Euro-Ticket völlig Banane auch also das war doch klar dass das die Leute dann tendenziell für irgendeinen Scheiß nehmen wie als Punker nach Sylt zu fahren oder sonst was weil wenn du die Leute die arbeiten müssen und unterstützen willst dann kannst du auch die Pendlerpauschale erhöhen oder irgendeinen anderen Scheiß ja nee also nee ich fand's auch so ja und jawohl die Züge sind voll jetzt die Tage sind man nach Köln gefahren es ging sogar noch einigermaßen vor zwei Wochen Frankfurt war richtig heftig keine Plätze frei im Gang standen Leute auf der Treppe und im Einstiegsbereich voll wo jemand blickte vom Bahnsteig will er ja gar nicht erst reden leichte Platzangst machte sich breit und leichte Rinnung an die Duisburger Love Parade aua das fies was hilft da einem noch eine Maske wenn man Arsch in Arsch steht näher nimmer so viel das stimmt schon also ich reg mich da auch auf ein Stück weit aber also ich sag mal so mich ich kann mir ja zum Glück ein Auto leisten ich bin mein boah zuletzt Zug gefahren wie ich halt mal irgendwie einen Termin hatte bei irgendeinem Publisher in München die letzten zwei Mal wo ich in München irgendwo war bin ich auch mit dem Auto gefahren weil das war bei Koch und die sitzen nicht in München direkt sondern in einem Vorort und da ist man erstens wesentlich weniger lang unterwegs und die haben auch nur die Fahrtkosten übernommen dann war das Thema sowieso hinfällig dann schreibt mir mein Chef auch nicht vor wie ich hinfahre wenn er nichts dafür bezahlen muss kann man ja nachvollziehen also jedenfalls ja meine Meinung zu den Abteilungsgeschichten in den USA warum muss man eigentlich über solche Themen noch diskutieren im Jahr 2022 kann meine Meinung zu den USA nur teilen vor 30 Jahren war das noch so das heilige Land wo jeder hin wollte jetzt lieber nicht mehr eher das Land der komischen Menschen ja das ist so ja habe ich glaube ich ja schon ausgeführt das ist alles völlig gaga was da abläuft das ist so bizarr und das ist natürlich alles abgekartet das sieht man ja auch so ja das Gesetz ist gekippt und sofort führen die ersten Staaten die die Zwangskinderaustragung ein und was du bist vergewaltigt worden oder oder es ist eine gefährliche Schwankheit das ist halt Pech für dich mein Gott also das tut weh das tut richtig es ist schon mal gucken wann sie die Staatsreligion komplett einführen es gab ja da gab es ja auch Urteile so irgendwie das Gebet in der Schule nicht verboten werden darf oder irgendwie also Umkehrschluss ist es wird gefakes gebetet und wenn du halt kein kein Christ bist hast du schon Pech gehabt weil was interessieren schon die anderen schlimm also ist ganz ganz schlimm ich meine Kanada gibt es ja zum Glück noch da gibt da ist zwar auch nicht alles super geil offensichtlich und wenn ich jetzt gelesen habe stimmt die Tage also man kann man muss ja nicht nach Quebec aber in Quebec haben sie jetzt irgendwie ein Gesetz durch gebolzt zum Schutz der eigenen Sprache dass in Zukunft glaube ich also so Geschichten wie Behörden Unterlagen so nur noch auf Französisch existieren und ausgefüllt werden müssen und deswegen haben jetzt die die Spielefirmen die da angesiedelt sind auch Angst dass sie nicht die Leute abhauen weil natürlich nicht jeder unbedingt geil drauf ist Französisch lernen zu müssen ich war zwei dreimal in in Montreal und Quebec und die Leute reden da schon die waren eigentlich immer ganz locker die haben da zwar schon mit Französisch angefangen aber wenn man gebeten hat der Englisch dann war das überhaupt kein Problem da hat keiner gesagt du Arsch lern scheiß Französisch sonst vergau ich dir nichts oder sonst kriegst du nichts zu essen aber naja aber da sind die da sind die krassen drauf wie die Franzosen schreiben bei heute aber es gibt wie gesagt die am besten Vancouver und Toronto gibt es ja auch noch Edmonton ist glaube ich auch richtig Edmonton ist auch schon englischsprachig aber ja aber gut egal was machen meine Zähne eigentlich hatte ich immer vor kurzem Probleme man muss ja auch wieder man muss auch mal wieder zum Zahnarzt irgendwie findet das bestimmt wieder und dann wird es teuer das Problem habe ich ja tatsächlich nicht weil ich habe ja kaum nur noch ganz so Teil so gut drei Viertel Kronen und der Rest ist Vollkronen aber die sind okay die Zähne ich meine ich passe jetzt halt beim Essen noch mehr auf das Problem war ja das Problem ist immer das gleiche die letzten Jahre gewesen mir ist eine Krone runterküpft weil ich halt zu viel Druck drauf hatte und die nicht so bombensicher sitzen wie man es gerne hätte also nur am Unterkiefer Oberkiefer ist es interessanterweise kein Problem also naja vielleicht war halt auch die ganze Geschichte nicht so super ideal von meinem Zahlerst geplant kann man halt schlecht einschätzen weil ich kann ja nicht eine Alternative ausprobieren ist ja nicht wie ein T-Shirt ausziehen und ein anderes nehmen dafür geht schon deswegen wenn ich mal dorthin ich meine immer die die Standardkontrolle die lasse ich immer nebenbei dann mit quasi mir abstempeln während sie mir dann die Krone wieder draufpappen aber mein Gott das neue Turtle Spiel ist wirklich richtig gut geworden meint Dominik hat es jetzt schon zweimal durch alleine und dann auch zu zweit gut spielbar toller Pixel-Look und der Sound passt auch was mir aufs Auffiel ist nur dass die Soundgräufe etwas knackiger waren in den Jahren 93, 94 aber insgesamt ein tolles Ding das kann ich halt schlecht einschätzen ich müsste es endlich mal spielen ich habe Final Vendetta habe ich immerhin mal ein paar Minuten gespielt da weiß man jetzt inzwischen dass der Patch der jetzt dann ansteht ein Casual-Schwierigkeit einfügt weil die ja ein bisschen sich zu sehr am Spielhallen ethos orientiert haben sagen wir es mal so wobei da gab es auch Credits da gibt es auch Credits wir haben also in der nächsten Ausgabe kann ich jetzt schon mal spoilern haben wir mehr zu Final Vendetta noch da kann man was lesen bin ich interessiert an den beiden Remakes von Dead Space und Resi 4 ich soll mich schämen wenn Resi 4 nicht durchgespielt haben pfui ich habe so viel jetzt nicht durchgespielt beides absolute Klassiker und tolle Spiele Dead Space habe ich aber durchgespielt ich bin Basis interessiert ja bei Dead Space weiß ich es nicht so ganz genau weil das erste war so gut dass ich mir schwer tue jetzt mir vorzustellen was jetzt hier eine neue Interpretation besser machen wird und anders besser also anders wahrscheinlich oder ob es dann besser ist schwierig ich glaube auch dass Dead Space immer noch ordentlich aussieht aber gucken wir halt mal und Resi 4 ja warum nicht klar ich meine das war ja cool damals und wenn das jetzt mit so viel Aufwand renoviert wird wie 2 und 3 warum ja klar kann man schon mal angucken dann man kommt jetzt eigentlich advanced was raus ja Ukraine wie lange soll man da jetzt warten Call of Duty kommt ja auch bald ja aber Call of Duty ist ja auch Activision und Activision hat ja mit Anstand und Moral und Würde und so nicht so viel am Hut wie halt ein Japaner an sich keinen Schimmer also es gibt ja es gibt echt nur Mutmaßungen ob sie es vielleicht gab los digital da rausbringen und sagen jetzt ist es halt da und nur zu und das sonst nichts zu machen ich keinen Schimmer also ich würde mich wundern wenn sie es komplett wegschmeißen aber da brauche ich auch nicht fragen weil Nintendo kann mir da kann und oder will mir auch keiner was sagen meine Let's Play Videos sind immer noch so unterhaltsam danke und der Herr Pixl wirkt immer als wenn ihn jemand dazu zwingt und mit einer Pistole hinter ihm steht zwink er es mal nee tatsächlich nicht also er macht das schon freiwillig denkt sich sicherlich was für ein Schmarrn das ist ab und an aber er macht es freiwillig und diesmal hat er ja auch ein Video davon profitiert ein bisschen also das hat er mir nämlich vorher nicht gesagt hat er bloß gemeint wenn ich jetzt da bin dann könnten wir doch gleich machen ich so ja klar warum nicht schade nicht ich habe ja auch davon profitiert mit 100 plus Abonnenten oder so wow naja haben wir eigentlich sein Memory Spiel auch gespielt das würde ihn freuen ich kann dazu sagen ich glaube dann kannst du dich demnächst mal freuen ja so weit für dieses Mal schönes Wochenende und Grüße mein Fanboy Dominik schön Fotos so 9 Euro Entzug trotz voller Züge mal ein Tagestipp nach Köln gewagt normales hätte er das 15-fache insgesamt für hin und zurück bezahlt ja das ist dann natürlich schon eine Ansage klar aber ich finde halt auch dieses Euro da sollen die Leute entlastet werden aber das ist ja eigentlich bloß ein billiger also entlastet verstehe ich halt so Sachen wie die Heizkosten pauschal was jetzt da nochmal kommt demnächst im September gut 300 Euro das wird dir nicht so unbedingt viel helfen wenn du einigermaßen heizen musst aber immerhin besser als nix das ist dann auch einigermaßen zielgebunden ich meine die Spritgeschichte war ja reine Verarsche von den gelben Pissern offensichtlich dass die naiverweise gedacht haben dass es läuft nicht so ab ja ja klar ihr Arschlöcher das regt mich so auf naja und ja gut wir holen mal ein schönes Bild vom Kölner Dom ist das dann wohl dann hat er hier ein Foto Ringe irgendwie ist Sonic mittlerweile überall selbst mehr wie Mario gefühlt was hat er denn hier ja ein von General Mills ein Sonic the Hedgehog Cereal Sweetened Honey Flavored Cereal with Sonic Marshmallows ist das ein Ami Supermarkt wieder oder sowas weil Cereal Tricks und so weit bei uns gibt es das ja wohl nicht aber ja klar das ist ja gut durch den Kinofilm natürlich besonders warten wir ab wenn der Mario Film nächstes Jahr läuft ob wir das und es denen um die Ohren schmeißen das graust du mir jetzt schon gleich und Freitag schon wieder der Woche rum ist der Freitag mein Lieblingstag ähm oh also ich hab diesmal gleich zwei schweinische Bilderchen wir sehen schon den Freitag die Woche war was für ein Arsch und davor sind also vier Ärsche okay und aber die dunkelhaarig weißblond ist das so ein bisschen braunblond und ein bisschen Semmelblond mit Pferdeschwanz also Haarmäßig hier ja ähm ähm nicht unbedingt ich glaub Samstag ist mir lieber weil Samstag ist hat man den Freitag schon verdaut man kann einkaufen gehen als nicht im Einzelhandel tätiger Mensch ähm und äh es ist noch mindestens ein Tag wo man dann noch ausspannen kann also Samstag eigentlich für mich der beste Tag in der Hinsicht und dann haben wir noch den erotischen Witz der Woche der denn da lautet diesmal da sieht man eine eine Frau auf einem Tuning-Auto stehen mit mit knappen Höschen und also Kid-Girl mäßig knappen Oberteil wo sie drauf das tief dran litt und da steht so hinten ein Bubi mit seinem Handy und sagt Papa hat gesagt ich soll die geile Kiste fotografieren ja hat aber leider nicht das Auto im Fokus hat es nicht kapiert der Bub naja okay kann man kann man machen gibt schlechteres dann und natürlich völlig überraschend für Stammhörer wie immer der Tokio macht einen Abschluss mit dem Futternachschub ah da kommen wir jetzt hin wie erinnert euch ich habe gesagt da kommen wir noch mal dazu zu dem Thema wo sind wir eigentlich gerade 36 Minuten also jetzt sind wir schon länger als letztes Mal und ich habe noch eine ganze nicht kurze E-Mail eine eher stressige Arbeitsfolge ging heute endlich zu Ende er glaubt er wird jetzt auch einfach zu alt um morgens zu früh aufzustehen aber was soll man machen man kann sich seine Arbeitszeiten ja leider nicht aussuchen das hängt vom Job ab natürlich und überhaupt also ich kann nur sagen ich finde da ich habe es da ganz okay mein neunäher Aufstehen ist schon okay kann man machen dafür sitzt man natürlich am Abend auch mal vielleicht ein bisschen länger weil man ja spielen muss also so gesehen ist das schon ein fairer Deal ich meine hilft natürlich dass ich nicht in die Arbeit fahren muss aktuell sowieso nicht aber auch sonst den eineinhalb Kilometer die lassen sich auch in relativ kurzer Zeit bewerkstelligen Jens Riders hatte die Zeit heute früh noch vor der Arbeit genutzt um mir ein kleines Paket zukommen zu lassen huch er will nicht dass mein Vorratslager sich dem Ende neigt also hat er kürzlich beim Asiamarkt bummel ein paar Leckereien und Tränke und im hiesigen Supermarkt ebenfalls ein paar vielleicht nicht ganz so Standardsachen mitgenommen damit sie meinem Gaumen munden können oder auch nicht zwinker zwinker als er vorhin von der Arbeit nach Hause kam fiel ihm auf dass er dann noch den Schrieb den er beipacken wollte vergessen hat ins Paket zu legen war aber eh nur belangloses Blah deshalb halb so wichtig wichtig ist dass alles im Paket auch heile ankommt werden wir sehen also ich kann dir sagen stand jetzt ungefähr 19.40 Uhr am Freitag sind wir gerade da kam noch keine E-Mail ich vermute mal dass du es wie immer über DHL schickst und die Packstation und die haben es dann wohl noch nicht weiter verarbeitet aber nachdem ja eh nichts drin ist das gekühlt sein muss vermutlich wegen Haltbarkeit ist es wohl verkraftbar bin mal gespannt wann die E-Mail und dann natürlich auch das Paket kommt wir werden es sehen und dann muss ich halt meinen ganzen Zeitplan der nächsten Monate wieder umschmeißen Skandal kriege ich hin das ist nicht so schlimm ich habe ja alles hier notiert und dann werde ich halt jonglieren mal gucken und dann gibt es natürlich auch ein schönes Unboxing und überhaupt mal schauen letzte Woche hat sich dann tatsächlich mal ein Wow-Abo also das ehemalige Sky-Ticket gesichert achso was ich noch sagen wollte schickt mir doch ein Bild oder ein hey da kam noch eine neue Bla ich glaube es nicht 19.40 E-Mail-Ankunft Ihr DHL-Paket kommt bald wann und wo möchten Sie es empfangen jetzt festlegen vorraussichtlich am Montag na gut also nachdem ja Montag bis Donnerstag die Konsumvideos sind kann ich jetzt schon ankündigen das Unboxing-Video auf mutmaßlich Freitag könnt ihr euch schon mal vorbereiten wenn etwas schief geht man weiß es ja nie also gerade rede ich davon kommt die E-Mail okay dann schauen wir doch mal ob und wie lang es dann wirklich dauert gut gut zur E-Mail also ich wollte noch sagen dann schick mir doch mal noch geschwind ein Foto oder ein Scan oder irgendwas von dem Brief damit ich es auch lesen kann dann kann ich ja vom vom iPad runter ablesen während ich den Rest auspacke ist doch eine tolle Idee oder also mach mal am besten noch bevor es ankommt gut also letzte Woche hat sich dann eben das Wow-Abo geleistet um mal rein zu schnuppern ist ja jederzeit kündbar ja immerhin monatlich ist schon gut Pussy ist auf jeden Fall eine für ihn gute Auswahl an ziemlich neuen Filmen und Serien wobei er auch länger gut beschäftigt ist also womit weniger positiv ging ist tatsächlich der audiovisuelle Aspekt die Bildqualität liegt gefühlt irgendwo zwischen 27p und Full HD nech nicht so geil und der Ton ist tatsächlich nur Stereo ist auch nicht geil zumindest bei Englisch äh zumindest gibt es aber auch englischen Ton ja das ist jetzt kein No-Go die Bildqualität ist gut genug um nicht Augenkrebs zu kriegen und der Ton ist zumindest ordentlich und wird von seinem Receiver durch DSP-Kodic eh doch alle Boxen geleitet aber ein kleines Armutszeug im Jahr 2022 ist das für einen Giganten wie Sky schon auf jeden Fall natürlich das geht also ich meine die Netflix in nicht 4K ist sag ich mal das was ich zumindest erwarten würde für wobei Netflix ist natürlich viel zu teuer eigentlich für das was es leistet also an an Übertragungsqualität da sind Amazon und mit Abstrichen Disney Plus schon doch deutlich was anderes aber gut immerhin aber Sky ist schon schwach natürlich vermutlich wollen die so Kunden zum deutlich teuren Sky Q hinlocken wo man die bessere Qualität bekommt äh kann ich schwer einschätzen weil ich kein Sky Q hab also ich werde jetzt mein Sky Abo endlich mal kündigen müssen weil ich gut die 3 Euro mir auch wurscht aber ich dann kann ich halt auch mal guten Gewissens Fußball abschmeißen und die Filme auch weil ich eh nicht dazu komme und dann komme ich billiger als wenn ich in der Zone ein Abo hätte und Formel 1 schaue ich ja doch weiter und so Zeug naja und dann dann werde ich auch zwangsläufigen Sky Q Receiver besitzen und nutzen und dann schauen wir mal also ich glaube dann wird ja auch nicht wenn wir jetzt sicher ich nehme an dass das Ding nur auf der Platte liegt und nicht gestreamt wird aber vielleicht täusche mich da auch oder halt Puffer wer weiß es schon müsste man mal echt muss ich mal bei der Audiovision nachfragen der weiß es vielleicht eine der Hauptgründe für ihn war natürlich die Halo Serie die er jetzt noch nicht gesichtet hat da er momentan Feuer und Flamme für das Stranger Things Finale ist naja noch einer er hat sich in den letzten Jahren kaum noch wirklich groß von einer Serie mitleisten lassen aber das war die letzte Staffel dass die da abliefert lässt ihn kaum los ganz großes Kino für ihn sowieso eine der besten Serien überhaupt ich kann da wieder nur sagen ich hab halt die erste Erfolge es hat mich einfach nicht abgeholt sofort und dann war halt schon schnell vorbei weil ich halt auch nicht so warum soll ich jetzt also der riesen Hype wie toll das alles und ich so ja okay und nun ja da ist es okay noch besser oh nicht schlecht gut ich hab gerade was vorgeschaut schon mal aber ja das ist ja viel Spaß damit ich ich müsste erst von vorne anfangen deswegen naja außerdem hat er sich diese Woche auch mal die erste Folge von Chaos Child angesehen das schreibt man mit dem Strichpunkt nicht mit dem Doppelpunkt schäm dich äh ich seh hier gerade wo ich hab jetzt gerade geguckt wo nicht bei Crunchyroll Moment auf Englisch zwölf Folgen auf Japanisch vierzehn äh nüs muss ich das verstehen ich bin 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 ich ganz schlau raus oh Gott die Episoden haben also laut wer streamt es gibt es mit Englisch und Japanisch mit Untertiteln aber die Episoden haben alle deutsche Namen das macht natürlich voll Sinn da steht die erste Episode Chaos Head Internetkundiger auf heißer Spur also die erste Folge angeschaut ich hab ja die Visual Novel gespielt getestet ne getestet hat sie Philipp damals also ich meine er hat es auch überbewertet aber ist egal und war meine ich nicht so begeistert das ist korrekt ich find ich kann mit Chaos Child nicht wirklich viel anfangen es war sehr anstrengend sehr bisschen viel Torture Porn mäßig und also Steins Gate ist schon viel besser und Robotics Nodes das eine was ich bisher gespielt habe hat mir auch besser gefallen wobei jetzt ja im Oktober glaube ich Chaos Child und Chaos Head Noah oder so also die die Switch Versionen rauskommen so wie bei Robotics Nodes die werde ich mir dann schon zulegen weil Chaos Head habe ich ja noch nicht gehabt ja er muss sagen er weiß es auch noch nicht wie er die erste Folge des Anime einschätzen soll ist wohl erstmal eine Zusammenfassung von Chaos Head so wie er es verstanden hat das lässt die der Episoden Name schließen ich kann das halt nicht einschätzen ich bin der Meinung dass man Chaos Head nicht kennen muss um Chaos Child zu verstehen weil ich wild meine ich habe das gut verstanden und die paar Andeutungen anspielen an vorher schon mitbekommen aber nicht so relevant übrigens Somnium Files ist brillant das habe ich glaube ich schon mal erwähnt oder am Wochenende jetzt finalisiert mit allen Routen und Extras super also das erste auch nur ansatzweise mochte er übrigens das zweite auch spielen und wenn nicht dann wird es Zeit dass man mal beide spielt aber mit dem ersten Anfang ähm ja äh wo war ich genau da muss man auch das erste nicht kennen da kann man lustigerweise sogar am Anfang quasi Spoiler äh ausblenden lassen wenn man entsprechend antwortet das ist ganz witzig aber naja ähm gut mal sehen was die nächsten Folgen so bringen also ich glaube der Anfang von Chaos Child fand ich auch noch ganz gut also wobei es natürlich schwer ist ich überlege gerade war Chaos Child linear oder hat es Routen kann ich mich nicht mehr so recht erinnern ich glaube es gab so Routen aber es müsste ich relativ einfach streamlinen lassen ohne Gewehr ähm was mir interessieren wird wie es mit ein paar Situationen umgehen ähm kann können wir ja mal dann so philosophieren wenn du es mal gesehen hast ich werde mir jetzt Crunchyroll deswegen sicher nicht leisten ähm ja also ich sage mal die Geschichte mit mit der Wurst wenn es vorkommt dann wissen was gemeint ist und die Geschichte mit den Geschenken das würde mich auch interessieren oder Geschenkpakete sage ich jetzt mal besser ähm wie das dann ist weil das war echt in der Visual Novel also gerade letztes das war knackig leckt mich am Arsch also das war ein Moment wo man sich denkt uff okay naja auf Netflix läuft seit letzter Woche auch der Anime Spriggern und seit dieser Woche der Anime Bastard beide interessieren ihn sehr gerade letzten kann er mir nur empfehlen falls er genauso ist wie der Manga den er liebt viel nackte Haut okay ein dermaßen selbstverdienter Charakter der selbst die Gnückungen in den Schatten stellt und echt viele WTF Momente erhofft euch der Anime wird dem Manga zumindest ansatzweise gerecht könnte ich mal glatt gucken ich hab's gesehen beim Durchscrollen aber nicht weiter drüber nachher ich weiß gar nicht den Sinn auf mein Love Sex und Robots ja aber gibt's eigentlich so Animes wie also auf Amazon hab ich doch diverse To Love Rue natürlich und ah was war das mit dem Samurai Dingens mit dem wo die Weiber rumhüpfen und gerne mal blank ziehen gibt's das auf Netflix eigentlich auch keinen Schimmer ja egal dann schauen wir mal Fragen Sony hat dir diese Woche ein neues Zubehör vorgestellt wie Gaming Monitor und neue Kopfhörer welche nicht nur PS5 Spieler versorgen sondern eben auch PC Spieler etwas Verwunderte war dass bei uns auf der Seite dazu keine News zu lesen war oder hat er es einfach im ganzen Stress und Halbschlaf übersehen was herhalte ich davon dass Sony jetzt auch immer aktiver im PC Markt wird also ich du hast nichts übersehen da bin ich mir ziemlich sicher aber ich bin mir ist auch grad so eingefallen ich bin mir auch relativ sicher dass wir da gar keine Pressemitteilung bekommen haben ne also von Sony also Sony also ich weiß ich nehm mal an die Audiovision wird das da müsste ich jetzt nachfragen wird davon schon irgendwas bekommen haben aber ich kann mal mit Sicherheit sagen dass der Playstation PR Markt die haben nichts dazu es gibt keine Pressemitteilung von der Playstation PR wo ich mich dann auch frage es ist immer ein gut Headsets und äh Monitor ist jetzt nicht unbedingt das Kernelement wo ich jetzt spannend und oder wirklich interessant finde ey was ist das denn hier Moment ich guck wer seid ihr denn warum schicken die das an unsere Feedback-Adresse PR-Leute die nicht vor allem ich stehe bei denen auf der Mailing-List warum sind die so unfähig leckt mich am Arsch ähm und können dann nicht die E-Mails an echte Redakteure schicken wenn sie schon auf ihrer Presse Sony Deutschland jetzt passiert Inzone eine neue PC-Gaming-Marke mit speziellen Monitoren und Headsets das könnte ich dir natürlich auch erklären warum wir dann nichts dazu bekommen haben weil es um PC-Gaming-Produkte geht ähm weiß ich auch nicht warum eigentlich weil als ob man Headsets vor allem nicht an Konsolen auch betreiben kann ähm ja so ein bisschen komische Kommunikation und ich meine Gaming-Monitor muss ich halt sagen die finde ich auch für den Arsch wir spielen doch extra auf einer fucking Konsole damit man sich nicht vor dem Monitor hockt oder ich meine das weiter Monitor sind für PCs die auch mit höheren mit 144 Hertz auch was anfangen können das ist meine persönliche Meinung ich habe doch hier ein hohes Bildwurderholrate von 240 Hertz bei Full HD naja wie auch immer ne also Sony und es ist ja Sony also es ist ja nicht Playstation so gesehen was juckt es mich die Spiele könnte man eher fragen wenn jetzt God of War und Horizon und sonst was auf PC kommt aber was juckt es mich wenn es Jahre später umgesetzt wird da schon mal wirklich was warum soll ich ein Problem damit haben wenn Sony wieder das Geld investiert in mehr Spiele und neue Spiele super warum nicht aber naja wie gesagt wurscht habe ich mir das neue Playstation Plus jetzt mal genauer angeschaut also die Premium Variante das ist ja schimpft gerade die Playstation One Klassiker so ein übel Ruckeln hat er gelesen ja ne sie sind ja ich habe es ein bisschen weiter mich mit befasst ein bisschen mit Streaming muss ich noch ein bisschen mehr probieren mei also ich finde das Setup ist nicht besonders toll dass man die Sachen in den Menüs findet also es wäre warum kann ich nicht einfach in der Gesamtliste nach System filtern ich meine ich kann nicht aber da steht dann PS4 und PS5 also ich kann nicht filtert nach PS3 PS2 PS1 es gibt dann den Retro Katalog quasi oder wie es heißt Klassiker oder so und je nachdem wo man drauf drückt kriegt man alle inklusive PS4 und PS3 oder auch nur PS1 PS2 und PSP gibt es ganze zwei Spiele bisher da gibt es aber auch einen Reiter der also es gibt auch einen extra Menüpunkt wo man klicken kann da kriegt man dann wirklich nur die alten aber das ist alles so ein bisschen so ein bisschen Netflix mäßig man kann keine vernünftige Übersicht haben sondern kriegt immer gruppierte Themen oder so das ist irgendwo war mal jemand hat also wenn es jemand mich gemeldet hat oder es war anders gelesen warum das so ist das ist das Grabbelkistenprinzip warum im Supermarkt auch so Billoware nicht schön in Reihe und Glied steht weil die Leute sich mehr suchen und grabbeln das habe ich vor Urzeit mal in der Uni im Marketing glaube ich hieß es das dann werden die Leute motivierter dass sie dann suchen wie wenn alles sauber ist und dann will keiner der erste sein der es in Unordnung bringt oder so ein Blödsinn also ich habe es auch lieber so dass ich es übersichtlich sehe was drin ist und nicht durch so eine scheiß Grabbelkiste im Mediamarkt da 300 Spiele ob da vielleicht unten drunter noch eins liegt wo mir auch mal interessiert wenn es in drei im Glied stehen wären würde ich es ja gleich sehen aber so will man ja natürlich nicht naja die PS2 Spiele sind ja die PS4 Versionen sind nur Spiele die es auch vorher schon als PS4 Versionen gab also die PS2 auf PS4 meine ich die Playstation 1 Sachen mei sie sind PAL Versionen aber ich muss sagen es ist jetzt nicht so dramatisch aufgefallen was ätzend ist dass diese Textur äh Filterungen diese Texturflatterer Blitzer äh die scheinen tatsächlich das hat das Digital Foundry Video schon gezeigt die sind eher auffälliger den Eindruck hatte ich auch das Bild wirkt oft irgendwie unruhig und es ist lästig bei und bei der PSP da ist Superstar das Sinn was ja cool ist aber die PSP hatte keinen zweiten Analogknüppel also muss man mit den Buttons zielen und ich denke mal warum könnt ihr das nicht in der Emulation halt auf den rechten Stick legen nämlich da dann lasst halt die acht Richtungen nur aber lasst sie über den Stick steuern aber nein das geht nicht dafür kann man mit PS1 Spielen zurückspulen und Save States immerhin aber so völlig Banane ist von der PS1 Spielen die es jetzt gibt da gibt es PS4 und PS5 Fassungen mit getrennten Trophäen also ganz toll für die Trophäen geilen Leute die sich immer noch Trophäen jagen müssen aber völlig sinnlos sonst weil die PS5 Version ist genau die gleiche außer dass sie halt vielleicht eine Millisekunde schneller lädt und dir deinen wertvollen internen Speicher zumüllt was ich auch nicht so toll finde ist dass man nicht einfach wie bei der Xbox die Spielstände sind kompatibel nein wenn man den Stream die Streaming Version von irgendwas spielt dann ist das ein eigenständiger Spielstand da steht zwar irgendwie im Menü auch man kann das irgendwie umwandeln aber wie das geht muss ich nochmal nachgucken aber nicht einfach so starten geht so wahrscheinlich muss man es über die Webseite machen also ja das Lineup ist gar nicht so schlecht und wenn dann in zweieinhalb Wochen straight drin ist dann hat man allein damit natürlich schon mal 30 Euro gespart je nachdem wie lang es drin ist aber es ist ja mein Gegenpass auch nicht anders aber ja könnte besser sein und das haben sie ja auch just wie das Ding gestartet ist kam man lustiger ist es steht auch nirgends auf dem Blog aber sie haben es getweetet dass jetzt Sony Europa da dran arbeitet auch NTSC Versionen von den alten Spielen zur Verfügung zu stellen also von Frage ist halt von welchen und wann und überhaupt aber besser ist das immerhin schauen wir halt mal ich kann es auch echt nicht absehen ja ein ein Gedönse halt ne und dann hat er noch zum Abschluss die Frage wie stecken unsere Katzen ja echt die heißen Tage ganz normal die liegen den ganzen Tag herum und schlafen also auch nicht unbedingt an anderen Stellen wobei die liegen auch im Winter in Räumen hier wo es nicht zwingend heiß wo auch nicht unbedingt viel geheizt wird also die sind relativ kühl im Winter auch aber im Sommer halt auch da schlagen ganz gut mein Dicke liegt wie jedes wie immer im Speicher bei mir hinten drin krabbelt jetzt aber gerne mal hinter so eine Styroportür wo es ich habe so Wandschränke die hat man vielleicht schon mal wo gesehen da hinten in der Schräge ist ein bisschen leerer Raum und ich habe immer gedacht da möchte ich nicht nein da sind sicher tausend Spinnen drin da haben wir einmal aufmachen müssen wie wir ein Kabel gezogen haben da war gar nichts das war staubtrocken und alles gut da geht er jetzt auch öfters nahe und verbringt da einen halben Tag drin da wurde ich mich auch ob das wirklich so kühl ist oder nicht also nö die sind ganz ganz bis dato also bis 30 Grad macht die ihnen nichts offensichtlich da sind wir matter wie die Viecher das kann man guten Gewissens sagen nö das passt sind ja auch noch alle relativ frisch ich meine die zwei Jungs sind jetzt fünf Jahre und ein bisschen was und die Mutter kann nicht wesentlich älter sein wir wissen es nicht die sind es ja auch zugelaufen aber die ist wenn sie jetzt wenn sie zwei Jahre alt gewesen wäre wie sie es bekommen haben wäre es auch schon viel also sie ist auch erst noch maximal sieben eher ein bisschen weniger geht also gut dann soweit für heute jetzt wird noch etwas die Bude aufgeräumt bevor ihr die Füße hochlegt und genüsslich faul lenz schöne Grüße an alle Kernjungs wünscht der Tokio danke gleichfalls damit sind wir durch ja was habe ich Programmvorschau kurz ähm noch bevor es dann ich auch mich dann also morgen am Sonntag gibt es den zweiten Import Report wie gesagt viele viele Folgen noch das ist die zweite davon könnt ihr mal gucken ist sicher interessant würde ich behaupten dann gibt es zwei Eatings und zwei Drinkings diesmal keine warme Mahlzeit und nichts mehr vom Dominik und dann muss man halt also die Woche läuft mit Sicherheit noch so wie ich es jetzt geplant hatte und dann muss man mal schauen wie ich es umschmeißt und dann ja und dann am Samstag kommt natürlich als nächstes dann wieder ein Bla und dafür brauche ich natürlich Material entweder in die YouTube-Kommentare oder als E-Mail an bla mit h at kernspieler.de und das Ganze bitte wie immer bis Freitag 18 Uhr damit ich dann theoretisch schnell und pünktlich aufnehmen kann jawohl und ja viel mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht mehr ich habe Wettervorschau hatte ich ja schon Programmansage habe ich gemacht und dann ja wünsche ich euch auch ein stressfrei so gut wie es halt geht stressfrei nächsten Tage und Wochenende und Woche und überhaupt und Gesundheit und alles was man halt so brauchen kann jetzt und damit sage ich dann bis nächstes Mal Tschüss